Römisch 1 Die Lila der Kindheits- und Jugendjahre Die Begleiter Chaitanyas, die vor ihm kamen Sri Chaitanya Bhagavata Alikanta 1 Nityananda, der innere Lenker, Antaryami, sagte mir Ich solle die Lebensgeschichte Chaitanyas in einem Buche beschreiben Durch seine Gnade leuchtet der Lebenswandel Chaitanyas auf Nehmt es als Gewissheit, dass die Gnade der Bhaktas das Leben Chaitanyas aufleuchten macht Wer sonst weiß von dem Leben Chaitanyas, dass selbst den Veden verborgen ist Was ich schreibe, ist das, was ich von den Bhaktas gehört habe Ich sehe weder Anfang noch Ende von Chaitanyas Leben So wie er die Kraft gibt, so schreibe ich es nieder Sri Chaitanya Bhagavata Adikanta 2 Zur Erfüllung des Wesens des Dharma, der im finsteren Zeitalter Sankirtan ist wurde Krishna mit allen seinen ewigen Begleitern abermals Avatara Und auf Krishnas Wunsch wurden auch seine ewigen Mitspieler unter den Menschen geboren Sogar Ananta, Balarama, Shiva, Brahma, alle Urseher, Rigis und die ewigen Mitspieler seiner Lila Sie alle wurden als große Bhaktas geboren Krishna allein weiß, welche Gestalt der jeweilige Bhakta in einer früheren Lila hat und wo er nun geboren wird Fußnote 329 Das bedeutet, keiner von Chaitanyas Mitspielern wurde aufgrund von Karma, das heißt der Folge seiner eigenen Taten, in früheren Leben geboren Die Geburt des Bhaktas ist ebenso wie die Geburt Gottes als Avatara ein Teil des ewigen Spiels Es ist Lila Viele Bhaktas wurden in Navadvip geboren Fußnote 330 Navadvipa, das heißt die Stadt der neuen Inseln, liegt am Ufer des Gangestroms Ganga Etwa 80 Kilometer nördlich von der heutigen Stadt Kalkutta, die es damals noch nicht gab Viele Bhaktas wurden in Navadvipa geboren, dem Geburtsort Krishna Chaitanyas Doch manche seiner Diener, Dasa, die ihm ganz außerordentlich lieb sind, auch an anderen Orten In Sri Hatha, Srivasa, Rama Pandit, Chantrasekar Pandit und Murari, der Arzt der Weltkrankheit In Chadigrama, Pundarika Vidyaniti und Vasudeva Datha In Buddha, Haridasa In Ekachakra, Nityananda als Sohn des Brahmanen Hadai Pandit Warum erfolgte die Geburt der Vaishnavas in einem beklagenswerten Land? Hätte doch deren Geburt in einem heiligen Land an der Ganga stattfinden können Er selbst wurde am Ganga-Ufer Avatara Warum wurden auf seine Veranlassung viele seiner ewigen Beigesellen so ferne geboren? Aus väterlicher Liebe zu allen Chivas gab er allen großen Bhaktas den Auftrag, dort geboren zu werden Er selbst hat mit seinen eigenen Worten gesagt, dass er Avatara wurde, um die Welt zu erlösen Fußnote 331 Welterlösen bedeutet hier nicht, die Menschen und anderen Wesen von physischem und seelischem Leid zu befreien Deshalb ließ er in erbärmlichen Ländern, in erbärmlichen Familien, in Klammer Kasten und so weiter Die Vaishnavas geboren werden, damit die Bewohner dort die Gelegenheit erhielten, erlöst zu werden In Ländern, die der Ganga und des Gottesnamens Harinam entbehrten In Ländern, die von den Pandavas nicht besucht wurden Mit der Geburt der Vaishnavas in solchen Ländern und Familien wurden tausende Meilen von Land in ihrem Umkreis geläutert Und sie wurden durch diese Geburt zu heiligen Orten Also verursachte Sri Chaitanya Narayana, dass überall in allen Ländern Indiens seine eigenen Bhaktas geboren wurden Die an verschiedenen Orten geborenen Bhaktas treffen in Navadvipa zusammen Navadvipa war ein Ort wie kein zweiter in den drei Welten Der Reichtum Navadvipa steigerte sich noch, da Brahma der Weltenbildner wusste, dass Krishna dort Avatara werden wird Zehntausend Menschen nahmen dort ihr Bad an einer Badestelle Die Stadt war voll Reichtum, voll Sanskrit-Lehrer und Studenten, alle im Erleben von weltlichem Wissen verloren Materieller Reichtum war ihr Ziel Alle verschwendeten die Zeit im Raser der weltlichen Gesellschaftsbindungen Die ganze Gesellschaft war ohne Bhakti zu Krishna und Rama Der Beginn des finsteren Zeitalters der Zwiedracht machte sich spürbar Die Menschen wissen nur von Dharma und Karma Das heißt, sie erfüllen die gebotenen religiösen Pflichten mit eigensüchtiger Absicht Damit sie zur Steigerung des Lebensgenusses in diesem Leben oder einem kommenden Leben führen Sie sind ohne ewiges Lebensziel Sie schwelgen in Verehrung des Gifters Reichtum und mit Luxus tun sie Verehrung von Götterspielzeug Sie verschwenden ihren Reichtum auf die Verheiratung ihrer Kinder und so geht die Zeit der Menschen sinnlos dahin Die Gelehrten haben die Titel Bhattacharya, Chakravarti, Mishra und so weiter Und haben keine Ahnung von den Shastras und deren Sinn Sie tun ihr Karma, die Brahmanenpflicht, andere zu lehren Und zusammen mit denen, die ihnen zuhören, werden sie von der Schlinge des Todes erfasst Keiner erklärt, dass das Wesen der Religion in diesem Weltalter das Sankirtan Krishnas ist Die Menschen befassen sich lediglich damit, die Fehler anderer zu erörtern Und von keinem derjenigen, die auf ihre Entsagung und ihre Askese stolz sind, hört man den Gottesnamen Hari Einige, die als sehr glücklich zu preisen sind, sprechen doch wenigstens zur Zeit des Badens Doch sie tun es um des späteren Lohnes willen und nicht aus Bhakti Diejenigen, welche die Gita uns das Bhagavatam vortragen und erklären, erwähnen nicht einmal die Bhakti So ist die ganze Welt von der Maya Vishnus betört Die Bhaktas, die das erleben, haben unerfasslichen Kram und Klagen Wie kann bloß diese Shiva-Welt gerettet werden? Alle sind in materiellen Sinnengenuss versunken Auch wenn man es ihnen sagt, will doch niemand den Namen Krishnas aussprechen Sie alle flehen schnell, o Krishna Chandra, in Klammer Krishna Mond Erweise allen Gnade Advaita Acharya in Navadvip, der Führer der Vaishnavas, ist in allen Welten gesegnet Er ist wie ein wahrer Shankara, Shiva Denn er erklärt, die Essenz aller Shastras in den drei Welten ist Bhakti zu den Lotussen der Füße Krishnas Advaita diente Krishna mit der Tulasi, der dem Vishnu-heiligen Pflanze, und mit dem Wasser der Ganga Er schreit zu ihm, ganz versunkenen Krishna Und dieses Schreien dringt durch das Weltall hindurch und wieder heilt in Vaikuntha Das Rufen dieser überweltlichen dienenden Liebe, Prema, vernahm Krishna, der Herr Er ist der Bhakti-Hörig und kommt zur unmittelbaren Begegnung herbei Der Bhakti-Yoga Fußnote 332 Bhakti-Yoga Verbindung Der Bhakti-Yoga des führenden Vaishnava Advaita ist ein geziemter Gegenstand des Preises für alle Universen In einem solchen inneren Zustand befand sich Advaita in Navadvip Er sah, die Welt ist leer von Bhakti-Yoga und kremte sich Advaita ist im Herzen voller Güte und sind darüber nach, wie wohl die Jivas errettet werden könnten Falls mein Herr Avatar wird, dann könnten alle Jivas von der Gottabwendung und dem daraus entstehenden Leid errettet werden Und dann allein ist mein Name der Löwe Advaita, das heißt der Unvergleichliche, berechtigt Wenn ich als Geliebter des Herrn von Vaikuntha ihn veranlassen kann, dass er Avatar wird Wenn ich ihn herabbringen kann, sodass alle den Herrn von Vaikuntha sehen können, dann will ich tanzen, singen Denn dann werden alle Jivas errettet werden Und mit diesem Vorsatz, Sankalpa, diente Advaita mit einspitzigem Sinn den Lotussen der Füße Krishnas Und Mahabrabhu, der große Herr, ein Beiname Krishna Chaitanyas, hat wiederholt ausgesprochen, dass Advaita die Ursache für das Avatar-Werden Chaitanyas ist Verborgen wohnen eine ganze Anzahl von Bhaktas in Navadvip Auf den Wunsch Gottes, Ishvara, wurden sie schon vor ihm dort geboren So widmeten sie ihren eigenen Dharma, derjenigen Form der Religion, die ihrem eigenen innersten Wesen entspricht Und sie wissen von nichts als von Krishna Bhakti Sie alle kennen einander bloß als Verwandte, Bekannte, Freunde und so weiter Doch weiß niemand, wer er selbst oder wer der andere in Wirklichkeit ist Welcher ewige Beigeselle Gottes er ist, sie halten sich für gewöhnliche Menschen Sie alle leiden darunter, dass die Welt keine Vishnu Bhakti hat Und da sie niemanden finden, der sich den Berichten von Krishna widmet, tun sie jeder für sich Kirtan Gottes Jeden Tag verbringen sie einige Stunden mit Advaita und vergessen über Krishna alles Und wenn sie Advaita verlassen, finden sie niemand, mit dem sie auch nur sprechen oder weinen könnten Advaita, von Mitleid mit den Leiden der Welten erfasst, fängt ein Fasten an Die Vaishnavas sind in tiefer Sorge Die Leute aber sagen Wozu bloß Tanz und Krishnas Name? Wozu bloß das Kirtan? Was ist denn Vaishnava? Was ist Kirtan? Alle denken bloß an Geld und Familie Und alle Gottsabgewandten verhöhnen die Bhaktas In Shrivasas Haus sangen er und seine Brüder mit lauter Stimme den Gottesnamen Da sagten die Gottabgewandten Oh, welcher Irrsinn! Dieser Brahmane wird die ganze Stadt ins Unglück bringen Die mohammedanischen Herrscher sind hart Es wird an ihre Ohren kommen und wir alle werden ins Unglück geraten Einige sagten Man sollte diesen Brahmanen aus seinem Hause herausholen Und in den Fluss werfen Sein Haus verbrennen Ist dieser Brahmane vertrieben, so wird die Stadt gerettet Sonst wird der Mohamedaner uns alle vernichten Als Advaita das alles vernahm, wurde er zornig wie eine glühende Flamme Und ohne daran zu denken, ob er ein Gewand trug oder nicht Ging er zu den Vaischnavas und sagte Hört zu! Shrivas, Gangradasa, Shuklambara Ich werde dafür sorgen, dass alle Krishna zu sehen bekommen Krishna selbst wird kommen, alle erretten Und mit eurer aller Hilfe wird er deutlich machen, was Krishna Bhakti ist Und wenn ich Krishna selbst nicht herbeibringen kann Dann werde ich aus diesem meinem Leibe vier Arme manifestiert machen Und mit dem Rad, Chakra, in der Hand Werde ich den Heuchlern den Kopf abschlagen Und dann weiß ich, Krishna ist mein Herr und ich sein Diener Fußnote 333 Hier bricht durch, dass Advaita der weltzugewandte Teilaspekt Gottes, Mahavishnu, ist Der nun die Rolle des Bhakta Advaita spielt Er ist gemäß den zeitgenössischen Quellschriften Mahavishnu und Sada Shiva Der höchste Aspekt Shivas in einer Person Nun Ich habe das Schreien Musik